So, let's go. Da wird jetzt noch ein Knaller drinnen sein. Was sagt die Zuch- Jetzt einfach Hype. Ich bin super gehypt auf Ronaldo bei Manchester United. Der verlorene Sohn kommt zurück. So, okay, Fernandes. Bitte jetzt einen Banger. Chet, Shigi, Con, da muss jetzt noch was Gutes drinnen sein. Bitte, bitte, bitte. Let's go. Drei, zwei, eins, Abfahrt. Ich brauche die Chat-Reaktion, Leute. Bitte was Gutes. Yo, ich habe es gerade gesehen, Marco. Chichi, ne? Der Marco hat Neymar 99 gezogen. Und Alba und Theo, alles in einem Pack. Das war ein sehr, sehr starkes Pack. Chichi, mein Lieber. Lukaku mit Ansage. Lukaku wäre ich auch sehr zufrieden. Bitte kein F. Bitte kein F. Oh mein Gott. Was? 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 Ja! Ja! Süß! Yes! 99, 98, 95, 95 Rating. Yes! Was ein Chat-Reaktion-Pack, Leute. Bitte klippen, Leute. Wer clippt das? Yes! Wer markiert mich für die Story, Leute? Wer markiert mich für die Instagram-Story? Wer markiert mich? Warte. Scheiße! Ich ziehst meine Gesicht. Ich zieh mal mein Gesicht. Süß! Süß! Süß!